Im Montag ab 22 Uhr Ortszeit auf dem Internet-Sender 180 Grad FM in Stralsund. Webseite ist www.180-fm.de. Schließlich jeden Sonntag um 18 Uhr Mittwochs ab 20 Uhr und Samstags ab 19 Uhr Ortszeit auf dem Internet-Sender Satzentrale das Radio. Webseite www.satzentrale.de schräger SZ Radio. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gerne eine Sonder-QSL-Karte. Wir wären sehr an technischen Details, wie der genauen Feldstärke und der Empfangsqualität interessiert. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio.darc.de. Ich wiederhole, radio.darc.de. Bitte geben Sie, sofern vorhanden, Ihr Rufzeichen an, damit der Versand über die QSL-Vermittlung des Clubs erfolgen kann. Auch Kurzwellen-Hörer können gerne eine QSL-Karte zur Bestätigung dieser Sendung per E-Mail anfordern. Wir bitten in diesem Fall jedoch um Angabe Ihrer Postanschrift. Wenn Sie bei unserer nächsten Sendung mitmachen wollen, gerne. Haben Sie Beiträge, Berichte oder Technikinformationen? Wenn ja, wir können Input per E-Mail oder auch bereits gesprochene Teile gerne mit in unsere Programme aufnehmen. Das Redaktionsteam freut sich auf Rückmeldungen unter radio.darc.de oder auf Facebook unter DARC.EV. Auf Wiederhören, Moin, Tschüss, Servus und 73. QTX, du bist zum nächsten Mal. QTX, du bist zum nächsten Mal. QTX, du bist zum nächsten Mal. QTX, du bist zum nächsten Mal.